Gucken wegen Schnellreisepaketer Genau hier waren wir Wir waren noch Wir müssen aber gleich Ich glaube ich hier hin Ja genau Dann haben wir hier eine Banukfigur Wenn wir hier durchkommen Banukfigur Metallblume Panorama Punkt Metallblume Und Schöpfers Ende So dann aktivieren wir mal Schöpfers Ende Quests Schöpfers Ende Ja Wir haben noch zwei Fertigkeitspunkte Wir wollen den Doppelschuss haben Dann müssen wir den Hier holen Damit wir den kriegen Jetzt haben wir den hier noch Starkenschlag Und den Anführenschlag Den brauchen wir auf jeden Fall noch Also würde ich jetzt weiter Sparen So Wir wollten Jetzt Hier hin Also schleichen wir uns jetzt einfach mal Hier durch Ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ein bisschen Waschbär. Ein bisschen Pute. Totan. Ein bisschen Reinholz und alles so, dass man so ein bisschen sammeln kann. Kommen wir hier hoch? Das sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Weg. Ich denke, dann... Oha! Ich stört mir alles auf. Aber hier hinter geht's doch auch. Dann verlasse ich doch nicht den Spielbereich. Hm. Komisch. Ich versuche es hier echt so gut es geht, diese... ...verdorbene Zone zu umgehen. Da hätten wir doch keine Lust drauf. Langsam oder sicher muss es doch hier einen Weg nach oben geben. Zur Bannung-Figur. Oder ist hier auch wieder Spielbereich Ende? Oh. Das ist tatsächlich Spielbereich Ende. Ja. Also... ... ... ... So viel zum Thema Sicherheit. Ach, Sicherheit ist was für weich, Ayros. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.